Scheiße, jetzt musst du mich wiederbeleben. Echt? Oh nein! Das sieht so aus! Deine Fähigkeit... Ja? Das mit dem Hochspringen. Aha. Und wenn du dann... Dann kannst du ausvisieren, wenn der Gegner gelb ist, dann hast du den angevisiert und dann kannst du aufspringen. Ja, hab ich gemacht. Da sprang aber immer irgendwo sonst wohin, nur nicht auf den Gegner. Obwohl der gelb war? Ja. Dann ist das vielleicht ein Bug oder so. Weil dadurch kannst du auch unterbrechen. Naja, gut. Dann... Na dann. Ja, und du heilst dich ja auch mit Nacktkampf halt, ne? Das ist... Mhm. Es geht los. Es geht los. Oh Mann, wir hatten ihn fast. Ja, du wirklich. Die letzten paar Kugeln. Wir sind gleichzeitig gestorben leider. Hm. Ich bin tot. Alter. Alter. Boah. Ey. Er grillt mich. Grill den Hemsmo, Junge. Aber die Kämpfe sind geil, oder? Ja. Hab ich jetzt gemacht. Ja. Ich muss weiter. Nein! Weißt du, was du kriegst? Du hast Rüstung, kriegst du, ne? Ja. Ja, das ist doch gut. Das ist doch wie Heilung, so ne Art. Ich hätte jetzt wissen müssen. Nein! Boah. Ich bin in dem Blitz hier sprungig. Ich hole. Oh. Wo ist er? Da. Hier! Mach mal deine Reflexion und nutz mal deine Fähigkeiten. Warte, ich muss mich erst mal wiederbeleben. Warte, ich mach mal. Ja, ich prob jetzt. Er macht. Boah. Jetzt ist sinnlos. Ey, wieso kriege ich Schaden, Alter? Du bist reflektiert vielleicht. Oh, ich bin tot. Kannst du mich retten? Ja. Kannst du dich nicht selber retten? Ne, nicht mehr. Hab ich schon verbraucht. Ich sitz auch auf so einem komischen Elektro-Ding. Ja, jetzt kannst du wohl knicken. So schnell weg. Versteck mich doch gar nicht. Ich auch nicht. Boah. Ich hab ein Schild. Ich hoffe, die Blitze gehen auch zurück. Ich weiß es nicht, ob der das auch abfängt. Boah, der sammelt wieder alles. Weit weg von den Idioten. Weit, weit weg. Hinter unserem Deckungsdinger hat er immer schon irgendwelche Elektro-Schocker gebaut. Boah, ich mach nochmal den. Oh, da kommt wieder was an. Boah, jetzt aber komm, den schaffen wir jetzt aber. Ey, was war das? Boah. Boah. Oh, er macht schon wieder die Wand. Du kannst das auch unterbrechen direkt, ne, deine Pflege. Hm, hab ich. Boah, ich versuch mal nochmal mein Glück. Boah, jetzt teleportiert er sich weg in der Zeit, ey. Boah. Oh, nein. Oh, nein, nein. Nein. Boah. Von Wilken, im Nahkampf Schaden heile ich mich, Alter. Am Arsch. Und Rüstung kriegst du. Vielleicht kriegst du auch ne Rüstung oder so. Da müssen wir doch mal richtig gucken, man hier. Also, ich heile mich. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Jetzt kriegt was der Hohensohn. Hm, schon wieder falsche Fähigkeiten gemacht. Ja, beruhige dich. Warte, ich mach mal das Schild. Kann ich ihn nicht unterbrechen? Zu spät wahrscheinlich. Nein. Nein. Lauf. 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 Schön auf dein Krippchen. Okay. Er haut einfach immer ab, wenn ich die Fähigkeit mache, ey. Der. Der hat der dazu oder was? Keine Ahnung. Was? Was? Geht ihm. Ich bin dabei. Das ist der ist der ist der ist der ist. Ich bin dabei. Der haut immer ab! What? Oh! Oh! Nein! Brich ab! Brich ab! Ja, genau! Ja, lauf durch Blitze! Kann ich eigentlich! Oh, dann rennt der den Ball! Kann ich ihn eigentlich auf Distanz unterbrechen? Weiß ich nicht! Oder muss ich direkt vor ihm stehen? Ja, wegen dieser Steinfähigkeit kannst du das, wo du in der Luft bist. Ist da irgendwie buggy oder so. Ja. Oh, er hat mich weggekickt! Ja, der haut immer ab! Ich hab nochmal die Barriere gemacht! Ja, weil da werden Blitze überall! Ich bin echt tot! Oh, ich muss weg! Ich bin tot gleich! Ich bin getroffen! Ey, ich krieg's kotzen, Alter! Sowas ist nichts für mich! Wir müssen unsere Fähigkeiten mal gleich unter Skillbomb machen! Vielleicht hilft das schon ein bisschen! Du bist der Coolste, Alter! Oh! Ich hab mich verdrückt! Jetzt mal ein paar in den Kopf ballern, ey! Wir müssen aufpassen, dass wir nicht so viel Schaden kassieren! Ja! Ja! Da muss gleich ein paar Headshots kassieren einfach! Einfach ein paar Headshots! Oh! Hat der uns mal was losgelassen? Oh, du stehst du nicht! Er macht Gewitter, Alter! Ja! Muss abbrechen! Da, warum? Ich bin gar nicht mal im Bereich, weil ich krieg Schaden, Alter! Er hat mich weggeschubt. Okay, das geht nicht. Wir lassen da an seiner Kasper Brüte. Okay, gleich kommt der letzte Punkt hier. Wird er wieder deine neuen Fähigkeiten machen. Er macht wieder Gewitter, Alter. Boah. Wir dürfen halt nicht gleichzeitig sterben. Hm. Hm. Jetzt. Komm. Was habe ich denn am Arsch? Ja, ja, ich verstehe mich gar nicht. Genau. Noch mal ein schnuckliches Glitter. Nein, nein, nein. Nein, nein. Bleib am Leben. Bleib los am Leben. Jetzt kannst du wieder beleben, schnell. Jetzt kannst du schnell wieder beleben. Oh. Komm, schnell, schnell, schnell. Danke dir. Jetzt sollten wir es geschafft haben. Er hängt wieder an seinem Bubbelwall. Wenn er rauskommt, kriegt er die Wackung seines Lebens, Joga. So, schieße ich auch mal. Treffe ich auch mal. So, jetzt komm. Letzten paar Kopfschüsse. Jawoll. Da ist er. Was? Zum ersten Mal getötet? Ich habe mir alles getötet, was ich im Weg hatte. Alter. Der träumt doch. Lass uns reden. Pauk redet mal Puppe, Junge. Du hast ihn zum ersten Mal getötet. Gegen den Verändernden, warum hast du dich geweigert? Diese Monstrosität war eine Ablenkung. Menschen sterben wegen ihm. Ohne diesen Nachschub weh kann niemand. Sterben sie alle. Schwache Kreaturen. Die sich gegenseitig abschlachten. Wer ist er denn? Kennst du den? Seth? Um ihren sinnleeren, endlosen Krieg zu gewinnen. Das ist der Typ. Der wird auf der einen Seite, auf der anderen ist irgendwie. Aber vor dem Krieg, wo das jetzt am Anfang ist. Nee. Soll ich vielleicht einen Gott spielen, so wie du? Aber ich habe mir noch nicht alles angeguckt. Ich bin kein Spieler. Aber du bist noch viel mehr. Veränderndt Gott, Outrider. Der letzte Outrider. Erfülle deine Mission. Geh. Hinter die Grenze. Diese Leute brauchen Götter. Nur jemand wie du kann sie in die Zukunft führen. Warum nicht du? Man nennt ihn Moloch. Ich kämpfe einen anderen Krieg. Jenseits dieses Elends. Ich bekämpfe die schlimmsten unserer Art. Dieser eine ist zu stark. Er würde uns vernichten. Also jage ich ihn. Aber das ist nicht dein Kampf. Also wenn ich der letzte Outrider bin, dann bist du dann. Warum kann er das jetzt nicht machen? Und warum müssen wir das jetzt machen? Weil er gegen was noch Böseres kämpft. Moloch. Der Moloch. Du Moloch. Das ist sein Job wahrscheinlich. Und unser ist hier, uns mit Kleinkram abzugeben. So habe ich es jetzt verstanden. Ich weiß es nicht. Wie kommt das irgendwie da sofort, ob das der Gegner mit dahinter ist? Hm. Kann schon sein. Neue Blut! Ich auch, junger Gott. Verdammte Scheiße. Bevor du jetzt wieder irgendwo hin rennst, guckst du erst mal, ob es wieder Dokumente gibt. Aber ich hätte das als eine wichtigere Aufgabe für dich. Komm in den Bunker. Eine Schrotflinte. Ui, nice. Das Sniper. Ich muss mal hier ein bisschen was verschrotten. Oh, hat der Dicke hier auch was rausgelassen? Das war alles? Das war alles an Loot? Du hast gar nicht Weltstufe 5 an, ne? Du hast gar nicht mehr automatisch. Kann das sein? Eigentlich schon, dachte ich. Weil Weltstufe? Oder? Ne, 5 ist doch gar nicht falsch. Oh, guck mal. Wir können bei der Weltstufe noch die Belohnung abholen. Habe ich noch gar nicht gemacht. Was? Ach so. Ach, die Kisten da unten. Ah. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, es ist bloß zierter. Nope. Das ist Belohnung. Belohnung abholen. Können wir denn jetzt hier Schönes machen? Aha, der ist auch nicht schlecht. Werde ich recyceln. Recyceln, recyceln. Boi. Zack, zack. Und jetzt. Fette Knarre gekriegt. Ah, guck mal. Die Waffen und so, wenn du recycelst, kriegst du Ressourcen. Also Schrauben und so. Ja. Aber nicht immer. Also Schrott. Du kriegst mal Eisen, dann mal das, mal das. Ich habe jetzt Schrauben und Eisen gekriegt. Ja, ja. Na gut, ich habe auch vier. Genau. Das glaube ich nicht. Ey, Schwachkopf. Jakob? Shira? Das Signal im Wald. Erinnerst du dich? Ja, als wäre es gestern gewesen. Du hast immer noch die Frequenz, oder? Du meinst, diese Frequenz? Scheiß. Hast du auch die Lottozahlen auf dem Arsch tätowiert? Immer noch so misstrauisch? Ich hasse diese, habe ich doch gesagt, Mosche. Das Signal ist noch aktiv, wie ein entferntes Echo. Es ist digital, muss. Also von einem Ort kommen, an dem es keine Anomalie gibt. Wir konnten die Quelle bisher leider nicht orten, weil wir nie die richtige Frequenz hatten. Bis du aufgetaucht bist. Hör mir gut zu. Du musst diese Zahlen zu. Dr. Abraham Zahidi bringen, einem unserer letzten Wissenschaftler. Blödsinn. Er ist doch schon seit Wochen auf feindlichem Gebiet. Fünf Rationen, dass Zahidi tot ist. Das wissen wir nicht. Du. Du kommst mir bekannt vor aus der... Krankenstation. Du hast mich aufgeweckt. Gibt schon komische Zufälle. Das ist Jane, exzellente Scharfschützin. Hat ihn gerettet und war dabei fast gestorben. Sie bringt dich hin. Warte, She-Ra. Bei unserer Landung war das Signal schon aktiv. Kannst du dir vorstellen, wer oder was es sendet? Tu dir selbst einen Gefallen, vergiss die Frage. Was immer da ist, will nicht gefunden werden. Und wer nach dem Scheiß-Signal sucht, überlebt es auch. Aber eine andere Chance haben wir nicht. Und wenn es jemand überleben kann, dann seid ihr das. She-Ra, ich bitte... Jakob! Das ist ein Befehl. Halb die Frau. Sorry, dass ich dich zurückgelassen habe. Hey, kein Problem. Ich hatte keine Wahl. Hätte ich auch getan. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Okay. Ich will McCain noch nicht abschreiben. Ach, die hat schon wieder ein Ausrufezeichen, die Pirne. Aber wir machen gleich weiter, wa? Ich will erst mal was essen gehen, glaube ich. Wie lange machen wir, Paul? Wann treffen wir uns wieder? Halb drei, ja? Wird knapp bei mir. Achso. Brauchst du länger? Nudeln aufsetzen. Achso. Naja, mal sehen. Ich weiß auch nicht. Muss mal gucken, ob ich vielleicht doch jetzt erst mal ein bisschen was anderes zocken. Oder Videos mal schneiden. Ich muss ja auch schneiden, mal ein bisschen die Zeit nutzen. Hier geht's nicht weiter. Naja, wir treffen, sag mal so, halb 20 vor, okay? Ey, aber er rennt jetzt irgendwie schneller, habe ich so das Gefühl. Es lässt sich besser steuern. Oder hat er bloß gerade Hummel im Arsch gehabt? Vielleicht kann man jetzt Shift-Trip oder so. Naja, egal. Bis halb 20 vor. Bis gleich Dickerchen. Was, bis halb was? Halb oder bis 20 vor, so. In der, in der Dings so, okay? Ja, sag mal. 14.45 Uhr. 15.45 Uhr. 14.45 Uhr. Bis gleich. Gut. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.